Nicht zuletzt seit dem Vormarsch der digitalen Medien ist das Thema Datenschutz im Schulalltag ein wichtiges Thema, denn Schulverwaltung und Unterricht werden heute vielfach auch digital gestaltet. Dadurch werden unzählige Daten erhoben, gespeichert und verbreitet. Ganz allgemein gesprochen muss geklärt werden, wer jeweils was mit welchen Daten machen darf. Da kommt einerseits die Organisation des Schulalltags mit digitalen Hilfsmitteln in den Blick. Andererseits rückt aber auch der Unterricht in den Fokus. Viele Lehrkräfte fragen sich, wie können wir mit den Daten unserer Schülerinnen und Schüler rechtskonform umgehen? Was dürfen wir, was dürfen wir nicht, was sind überhaupt die gültigen Rechtsgrundlagen? Welches Wissen benötigen schulische Datenschutzbeauftragte, um sowohl die Schulleitung als auch die Lehrkräfte bei der Umsetzung der hohen Ansprüche zu unterstützen, die sich aus der EU-Datenschutz-Grundverordnung ergeben? Diese Fragen und noch einige mehr wollen wir im Folgenden behandeln. Wenn es um Datenschutz geht, müssen wir zunächst über das sogenannte Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung sprechen. Nachdem bereits in den 1970er Jahren das Bundesdatenschutzgesetz, kurz BDSG, entstand, erlangte das Thema Datenschutz mit einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 15. Dezember 1983 dem sogenannten Vollzählungsurteil geradezu explosionsartig rechtliches Gewicht. Das Urteil definierte ein neues Grundrecht, nämlich eben dieses neue Recht auf informationelle Selbstbestimmung, durch welches es dem Staat untersagt wird, ohne gesetzliche Grundlage oder ohne Einwilligung der Betroffenen, deren personenbezogene Daten zu erheben, zu speichern und zu nutzen. Dieses Urteil führte zu umfangreicher gesetzgeberischer Aktivität beim Bund und bei den Ländern. Elf Landesdatenschutzgesetze, so auch das Niedersächsische Datenschutzgesetz, kurz NDSG, entstanden oder wurden im Lichte des neuen Grundrechts novelliert. Neben den speziellen Datenschutzgesetzen wurden auch in den thematischen Fachgesetzen datenschutzrechtliche Regelungen getroffen, so etwa im § 31 des Niedersächsischen Schulgesetzes. Nachdem das Vollzählungsurteil den rechtlichen Schritt aus der analogen in die digitale Welt getan und dazu den Wert von Daten erstmals auch rechtlich erkannt hat, hat ein weiteres Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 27. Februar 2008 zur sogenannten Online-Durchsuchung das Datenschutzrecht in das vernetzte Online-Zeitalter gebracht. In der Entscheidung wurde das Recht auf informationelle Selbstbestimmung aus dem Volkszählungsurteil zum sogenannten Recht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme weiterentwickelt. In diesem Kontext müssen wir auch Aspekte der digitalen Transformation unserer Gesellschaft betrachten. Für unseren heutigen Blick auf das Geschäftsmodell der Internetökonomie, nämlich dem Konzept durch Sammlung von Nutzungsdaten eine Basis für weitere geschäftliche Aktivitäten, beispielsweise Werbung zu bilden und somit die ursprünglich zu einem anderen Zweck übermittelten Daten kommerziell einer zweiten Verwertung zuzuführen, ist Folgendes wichtig zu wissen. Schon im Volkszählungsurteil ist dem Begehren des Gesetzgebers mit der Erhebung der statistischen Daten für die Volkszählung, einen personenbezogenen Abgleich und eine Aktualisierung der Melderegister zu vollziehen, eine klare Absage erteilt worden. Dort heißt es nämlich, die Kombination der Volkszählung für statistische Zwecke mit dem Melderegisterabgleich nach § 9 Absatz 1 Volkszählungsgesetz von 1983 entspricht nicht den verfassungsrechtlichen Anforderungen. Dazu schauen wir uns auch die entsprechenden Rechtsgrundlagen an. Erstmal betrachten wir, woher Gesetze und Verordnungen kommen. Da gibt es europäisches Recht, das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, Landesgesetze, Verordnungen und Erlasse von Ministerien und sogar Dienstanweisungen auf der Ebene der Schule, die uns in unserem Handeln einschränken und auch lenken. Unser Grundgesetz müssen wir hier nicht immer zurate ziehen, aber man kann sich kurz ins Gedächtnis rufen, dass dort von der Würde des Menschen und anderen Rechten gesprochen wird. Der Datenschutz kann auch als Wahrung eines solchen Grundrechtes gesehen werden, nämlich dass auch meine Daten mir gehören und ich über meine Daten im rechtlichen Rahmen frei entscheiden kann. Wie das alles zusammenhängt und warum wir nicht ins Grundgesetz schauen müssen, wenn es um die Frage eines privaten Tablet-PC geht, das sehen wir uns einmal genauer an. Dazu ist der Begriff Normenhierarchie wichtig. Normenhierarchie. Das ist gar nicht so kompliziert, wie es klingt. Wir wollen hier keine Volljuristen werden, aber der Begriff Normenhierarchie beschreibt den Grundsatz, dass eine höherwertige Norm, die niederwertige Norm, bricht. Vielleicht haben Sie in diesem Kontext schon mal den Ausspruch gehört, Bundesrecht bricht Landesrecht. Weiterhin muss man akzeptieren, dass kein allgemeines Gesetz wie das Grundgesetz oder ein anderes Gesetz alles bis ins Detail klären kann. Hier kommt dann zum Tragen, dass das speziellere Gesetz das allgemeinere Gesetz verdrängt oder ergänzt. So kann eine Rechtsverordnung ein Gesetz erläutern, dessen Wirkungsbereich verfeinern oder das Gesetz auslegen. Für uns heißt das, dass man genau schauen muss, was wo geregelt ist. Für den Datenschutz ist das wie folgt. Die Datenschutzgrundverordnung DSGVO ist eine Verordnung der EU, die die Verarbeitung von personenbezogenen Daten vereinheitlichen und regeln möchte. Was personenbezogene Daten sind, das ist in Artikel 4 der DSGVO festgelegt. Unterhalb der Europäischen Datenschutzgrundverordnung ist das Bundesdatenschutzgesetz gültig. Darunter dann für Niedersachsen das niedersächsische Datenschutzgesetz NDSG, welches insbesondere die Datenschutzregeln für Behörden, Organe und Einrichtungen des Landes, die Kommunen und sogenannte sonstige Körperschaften, Anstalten und Stiftungen festlegt. Hier ist zum Beispiel verfügt, dass die Regeln der Datenschutzgrundverordnung auch Anwendung finden auf die nicht automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten, auf die Verarbeitung von Daten für Auszeichnungen und Ehrungen und so weiter. Also spezielle Fälle, die die DSGVO nicht explizit abdeckt. Wir erinnern uns, Spezialgesetz sticht Allgemeingesetz. Zudem ist als weiteres Spezialgesetz das NSCHG, Niedersächsische Schulgesetz, anzuschauen, da dieses Gesetz das spezielle Vorgehen an den Schulen regelt. Und da schauen wir einmal konkret in den Paragraf 31, der mit Verarbeitung personenbezogener Daten überschrieben ist. Schulen, Schulbehörden, Schulträger, Schülervertretungen und Elternvertretungen dürfen personenbezogene Daten der Schülerinnen und Schüler und ihrer Erziehungsberechtigten gemäß Paragraf 55 Absatz 1 verarbeiten, soweit dies zur Erfüllung des Bildungsauftrags der Schulen, zur Erfüllung der Fürsorgeaufgaben, zur Erziehung oder Förderung der Schülerinnen und Schüler, zur Erforschung oder Entwicklung der Schulqualität oder zur Erfüllung von Aufgaben der Schulaufsicht erforderlich ist.